Ach, die Feuerfaust ist... Verschießt wahrscheinlich... Feuer! Wie so ein Flammenwerfer. So, drei Skillpoints. Loyalty-Card. Shop-Buy-Prices. Qualität im Shop erhöhen. Aber erst auf höchster Schufe. Hm. Ja komm, ein paar mehr Hit-Points können nicht schaden. Ach, ein Multiplayer-Upgrade bekommen. Direkt Damage zum Co-Op-Player ist hier. Und das im Singleplayer. So starten wir. Kamikos answers Chi and bring it to Amoina. Amiwana. 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 Im hohen Gras werden sie mich nicht sehen, aber ich will gesehen werden. Oh, wie ich euch hasse. Die sind nämlich ein Explosionsdinger. Moment, da gibt es einen Keks. Oh, noch einer. Sorry. Da ist mein Keks. Ah! So, damit haben wir einen. Oh, schön hier oben ist ein Heilschrein. Oh, das ist mein Keks. 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 Moment, hat er eigentlich ein explosives Fass auf dem Rücken? Ich glaube, jetzt haben wir ihn gerade erwischt. Hold yourself together, man. Dumm, 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 dum manche Items aktiv anklicken muss, um es aufzusammeln. Jetzt gucke ich gerade, gibt es dafür nicht irgendwie Show Mission, Track Mission on Track Mission Item. Name Only. Na, gar nichts. Crosshair sollte man sehen. Obwohl, brauche ich eigentlich auch nicht. Show Hut. Show Damage. Show Control Hits. Ach, äh, die Kontrollinformationen. Auto Change Waffen. Use Pickup was Attack Key. Hm. Da wird dann die Problematik, dass man, äh, das Problem kriegt, dass man wohl im Kampf mal irgendwas, ja, wie soll man sagen, wenn man gerade im Kampf ist, klickt man dann, greift aber nicht an, sondern nimmt was auf. da wird das Problem sein dann. Für mich. Vor allem so im Nahkampf. Police Car. Ist das das Haus deines Vaters? Ich habe das Gefühl, die werden hier alle nicht lange leben. Siehst du, kein, kein Mensch braucht ein Crosshair. auch die Schadensanzeige ist eher relativ. So, den Weg scheinen wir nicht reinzukommen. Gehen wir durch den Garten. Heißt du, schickst, nicht mehr ao, Und? Ich bin schon immer nicht. Ich bin schon nicht. Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also, ich kann ihn nicht mehr sehen. Muss ich dann, äh, tippen. Wie weit das Ding fertig ist. Ach, der will, dass ich hier reingehe. Ach, ne, der will, dass ich die Leiter nehme. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Äh, okay. Ah, nee. Es geht in das Schwert. Die sind nicht so schwer. Die Messier, die besser, wenn es zu dieser B****. Killing in the name of. Alles gut. Weil ich jetzt erstmal alle töten muss. Ah ne, da oben ist ein großer, ein großer Böser, wie ich das richtig sehe. Da, da war er kurz eingeblendet. Scheiße. Dieses verdammte, der verdammte Toxic-Schaden. Geh weg, Bitch. So, jetzt pass mal auf, Bitch. Bitch. Bah, mit einem Schlag. Äh. Crimpswords. Das macht doch einen guten Eindruck. Und nun? Red' ich jetzt noch mit der Grandmother? Moment. Wo soll ich denn hier lang gehen? Irgendwo, wo ich runterkomme. Ich weiß, hier sind zig Kisten, bla 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 und so weiter und so fort. Aber da ist ja nie großartig was drin. Also, es kann bestimmt was ganz Tolles auch in der Kiste sein. Es muss natürlich was kommen mit dem Written, mit dem Written Part. Bzw. mit dem geschriebenen Abschnitt. Aber jetzt zum Beispiel, halt ein bisschen Geld und das war's. Und so ist das bei den meisten. So, und hier unten ist jetzt die Oma. So, ja. Vor allem, warum sollte ein Dynamit helfen bei so einem Sicherheitssystem? Wir brauchen eigentlich eine Bazooka, irgendwas Panzerbrechendes. Schön. Sorry. So, kurzen Aufnahmen-Break gehabt. Juhu, Dynamit! Ach, haut ab, ey. Ich hab keinen Bock auf euch. Moment, take cover. Wohin? Oh, es hat sogar funktioniert. Unglaublich. Ich hoffe, ich muss ihn nicht töten. Okay, ein Kind. Cash auf die Barrel-Head. Wie ist dein Kind? Wie fühlt sich dein Kind an zu einem Sociopaten? Sorry, ich bin bei einem Sociopaten. Oh, wait. Ich glaube, ich meine beiden. Ich bin ein Kind an zu einem Schopaten. Ich bin ein Kind an zu einem Schopaten. Ein Kind an zu einem Schopaten. Kamiko? Ein Kind an zu einem Schopaten? Ich bin kein Schopaten. Ich habe alles, was ich hatte, für das Ungrateful-schopaten. Ich bin ein Schopaten. Ich bin ein Schopater. Ich bin ein Schopater. Oh, sieh. Oh, sieh. Why'd you have to go and do that? Oh. Ah. Ah, I am willing to die for my ideals. Can you say the same? I'm willing to call for my ideals. That's as far as I go. A Sibirite to the end. At least I'm consistent. Do you have the least shred of honor left in you? Will you finish what I have started? Excuse me, that your Großmutter had to kill you. But it was not my mistake. She just went into the messer. Hmm. Moment. Ich weiß, der DPS von denen ist richtig hoch. Und die kritische Chance um 5% zu erhöhen ist ja auch super. Aber ich will mal die Crim Swords... Mal gucken, was man da rausholen kann. So, Gift macht immer Spaß. Nichts, was den Damage reduziert. Klar, ne? Kritische Damage Bonus ist ja ganz nett. Dann machen wir daraus mal reine Elementarwaffen. Ich glaube, das müssten die dann sein, ne? Ja, auf 2 habe ich die gesetzt. Mit 170 DPS muss man sich ja auch nicht ärgern. Das ist ja schon eine ordentliche Nummer. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch einen weiteren Skillpunkt. Hm. 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 Hello, my friend. So, Elemental Knockout. Okay. Die Resistance vor Elementen vom Gegner reduzieren. Was haben wir hier? Springchester, Gauss Rifle. Damit können wir die andere austauschen. Naja, 10%. Ist doch nicht, du hast eine weitere Nebenmission. Ne. You know what? I'm gonna upgrade you from worthless piece of shit to just plain old piece of shit. Amiona says you need not fear hurting it. It has been gorging itself on black rain and is practically invulnerable now. Use everything you have to subdue it. It would be my pleasure. I will do. Sehr schön. Hey, this is my body we're dealing with. Easy on the merchandise. Hey, I don't come down to where you work and slap the, uh, the... The Hexachlorobutadine solution? Yeah, the Hexachlorobutadine. Out of your head. Man, you are sharp. Aber an der Stelle mache ich einen kleinen Playbreak, weil der Hund muss auch mal wieder raus. Und deshalb, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Shadow Warrior 2.